Hi! Sag mal, was ist denn das für ein Instrument, das du da spielst? Also das ist eine Iris-Buzuki. Was hört man daran, dass sie ganz irisch klingt. Ja, und Buzuki, weil man die immer so tanzt. Aha. Ja, dann spiel doch mal was auf der irischen Buzuki. Am besten. Ja, da muss ich mal was üben machen. Das ist meine Iris-Buzuki. Und da kann ich ganz schnell drauf spielen, wenn ich will. Wenn ihr mögt, dann kommt einfach ins Konzert. Dann zeige ich euch das Ganze.